Es ist Pride Month. Im Juni feiert sich die queere Community selbst. Allies dürfen mitfeiern. Dass dabei auch eine Menge Rainbow-Washing passiert, merkt man spätestens beim Gang zum Supermarkt, wo plötzlich selbst die Haferflocken im Special-Edition-Regenbogendesign daherkommen. Im Podcast-Podcast wollen wir uns nicht einmal im Jahr mit dem Regenbogen schmücken und fertig. Deshalb nutzen wir diese Pride-Themen-Woche, um euch sieben Podcasts zu empfehlen, die sich das ganze Jahr über nur mit Queerness beschäftigen. Es geht um queer-lesbische Sichtbarkeit im Alltag, um queere Sex-Education, um den heißesten Gossip aus der Popkultur, um fiese Queers aus der Vergangenheit, ums Coming-out und um einen queeren Blick auf deutsche Eigenheiten. In dem Podcast, den wir euch heute empfehlen lassen, zwei Menschen den vergangenen Monat Revue passieren. Ein Monatsrückblick mit ganz eigenem Fokus, gehostet von Podcast-Moderatorinnen, die sich selbst als Moderatösen bezeichnen. Wenn das jetzt geklappt hat, dann hört man uns jetzt bereits. Dann hört man uns jetzt? Dann hört man uns jetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Margot, schön. Du bist auch da. Ich bin auch da und du bist auch da, Jurassic. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist also unser erster Podcast. Ist das aufregend. Margot, erklär doch erstmal ganz kurz unser Konzept. Konzept? Wir haben ein Konzept. Ja, natürlich haben wir ein Konzept. Ich bitte dich. Alles klar. Jurassic und ich, wir gucken gemeinsam über den abgelaufenen Monat und schauen, was uns da so Besonderes aufgefallen ist. Wir betrachten das Ganze aus einem queeren Blick, aus einem tuntischen Blick, aus einem speziellen Blickwinkel und kommentieren das Ganze beziehungsweise... LGBTIQ-Plus-Perspektive. Das sind die Berliner Drag Queens Margot Schlönske und Jurassica Parker. Zusammen machen sie den Podcast Parker und Schlönske, unsere heutige Empfehlung. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Queer und Querbeet galoppiert Parker und Schlönske durch die wichtigsten und mitreißendsten Meldungen des Monats. Es ist ein wilder Ritt durch die Ressorts mit einem besonderen Augenmerk auf Themen, die die queere Community bewegen. Dass es euch nicht aus dem Sattel reißt, dafür sorgen wiederkehrende Rubriken, die den Podcast strukturieren. In der Rubrik Danke Ampel geht es zum Beispiel um Politik und hier sprechen die Hosts über die neue Berliner Landesregierung und eine ominöse Parteispende. Ja, und zwar es gab eine Spende der Immobilienunternehmer. Ja, von einem Immobilienunternehmer, richtig. Und zwar eine Spende an die CDU von 820.000 Euro. Ja, das ist jetzt soweit nicht ungewöhnlich, aber hier sind wohl politische Forderungen auch noch angeknüpft worden. Die politische Forderung war, dass die Kinder in der Schule bitte alle möglichst gleiche Klamotten anziehen sollen. Was? Was haben die denn mit den Klamotten von Kindern an Schulen zu tun? Schuluniform. Ich habe keine Ahnung. Also abgesehen davon, dass ich diese politische Forderung begrenzt gut finde, muss ich gestehen. Ich weiß, woher es kommt, kann es nachvollziehen. Aber das ist doch jetzt nichts, wofür ich jetzt aktiv irgendwie eine knappe Million an eine Partei geben würde. Bist du gegen Schuluniform? Naja, ich finde Schuluniform, also muss jetzt auch nicht sein, weil Schuluniform ist ja das Problem nur dann, wenn sie geschlechtsübergreifend ist, wenn beispielsweise alle auch Rock tragen dürfen. Das fände ich toll. Dann ja. Seit dem vergangenen Sommer könnt ihr über eine Kapitelübersicht in den Shownotes ganz einfach zu eurer Lieblingsrubrik springen. Zum Beispiel zum Aufreger des Monats oder zum frischen Streaming-Tipp des Podcasts. Parker und Schlönske liefern außerdem Insider-Wissen aus der queeren Community. Über den Hanky-Code etwa, zu deutsch Taschentuch-Code, den hat die Schwulenszene in den 1970er Jahren entwickelt. Das gab es halt deshalb, weil natürlich früher Schwulsein stark geächtet war. Nicht so schlimm wie heute. Nee, weniger schlimm als heute. Aber heute ist es halt leider auch immer noch so. Und damit haben die sich halt gegenseitig erkannt an dem Tuch hinten in der Hosentasche. Und je nachdem, ob du es links oder rechts in der Hosentasche trägst, hat auch eine Bedeutung und die Farben haben eine Bedeutung. Und so kann man gleich sehen, was will der eigentlich beim Ficken machen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wofür in der Gay-Community ein rotes Einstecktuch steht, dann müsst ihr Parker und Schlönske einschalten. Aber Achtung, Marco Schlönske und Jurassica Parker sind an einigen Stellen sehr explizit. Genau das ist aber auch das Markenzeichen des unabhängigen Podcasts. Die beiden Drag-Queens teilen unverblümt, ohne Charme und außerdem mit viel Humor ihre Sichtweise auf das aktuelle Weltgeschehen und tragen so dazu bei, Queerness weiter zu enttabuisieren. Im Oktober 2020 starteten Jurassica Parker und Margot Schlönske ihren gemeinsamen Podcast. Seitdem veröffentlichen die beiden exzentrischen Drag-Queens am Ende eines jeden Monats eine Folge, in der sie augenzwinkernd zurückblicken. Und wer diesen Podcast hört, macht zum Sex auch das Licht an und reißt die Gardinen auf. Damit endet diese Ausgabe des Podcast-Podcasts von Detektor FM und auch unsere Themenwoche zum Pride Month ist vorbei. Nichtsdestotrotz empfehlen wir euch in den kommenden Wochen und Monaten natürlich immer mal wieder queere Podcasts à la Couleur. Und wenn ihr kritische Hintergründe zum Pride Month hören wollt, dann sei euch auch die Themenwoche unseres täglichen Podcasts zurück zum Thema ans Herz gelegt. Dieser Tipp kam von Caroline Breitschädel, Redaktion Joanna Voss und Doreen Rothmann, Produktion Tim Schmutzler und ich bin Ina Lebetjev. Morgen sprechen wir über den neuen ARD-Storytelling-Podcast Extrem Rechts. Wir hören uns.